Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Sind wir allein im Universum? Auf diese spannende Frage hat Prof. Dr. Bruno Deiss, der wissenschaftliche Direktor des Physikalischen Vereins in Frankfurt am Main, eine Antwort gefunden, die euch vielleicht gar nicht so gefallen wird. Er war zu Gast beim Planetarium Mannheim und hat dort vorgetragen, unter dem Titel Das körperdekanische Prinzip. Viel Spaß dabei! Ich sehe ein gut gelauntes Publikum. Das ist sehr gut. Ich hoffe, Sie haben einen großen Vorrat an guter Laune mitgebracht. Es besteht die Gefahr, dass sie Ihnen abhanden kommt im Laufe des Vortrags. Schauen wir mal. Es geht um die Zukunft der Menschheit. Ja, sieht die so aus, unsere Zukunft? Natürlich nicht von uns, wie wir hier sitzen. Das ist klar. Unsere Uhr, die läuft irgendwann ab. Aber unsere Nachkommen, werden die dereinst in solchen gigantischen Raumstationen leben, fremde Planeten besiedeln, fremde Sonnensysteme vielleicht? Ist das die Zukunft? Ich meine, wenn wir uns mal die letzten 100 Jahre Revue passieren lassen, wie die Entwicklung einfach gegangen ist, die technische. Was wir heute machen, wäre vor 100 Jahren als Zauberei durchgegangen. Ist ja so. Wir stellen uns hin und telefonieren mit jemandem, der steht in Australien mitten in der Wüste. Ich meine, ist das doch Zauberei. Eigentlich. Jetzt mal die Zukunft extrapoliert, da erscheint es fast naheliegend, dass das irgendwann sein wird. Und tatsächlich, für Michael Griffin, 2005 NASA-Direktor, war es klar, auf lange Sicht wird eine Einplanetspezies nicht überleben. Solange wir auf der Erde sind, sagt er, gibt es für uns keine Zukunft. Wir müssen notwendigerweise irgendwann andere Planeten besiedeln. Und er behauptet noch weiter, eines Tages werden mehr Menschen außerhalb der Erde leben, als auf der Erde. Okay, das ist eine Prognose, die kann zutreffen oder auch nicht. Schauen wir mal. Und wir sind auf einem guten Weg dahin. Die ESA plant hier Moon Village. Das wird in diesem Jahrzehnt, gehe ich mal von stark von aus, Christian, was meinst du, könnte hinkommen, dass die ersten Kuppeln vielleicht schon auf dem Mond installiert sind. Zumindest eine Raumstation rings um den Mond soll installiert werden. Und auf dem Mond, wie gesagt, diese Moon Village. Die ESA plant natürlich auch die Mars-Besiedlung. Da gibt es ja auch Aktivitäten am Südpol beispielsweise. Wird getestet, wie unter extremen Bedingungen Pflanzen wachsen könnten. Dann hier sollte Stationen auf dem Mars. Kleine Habitate. Und natürlich, die Privatindustrie ist vielleicht noch vor der NASA auf dem Mars. Das wissen wir auch. Also die Richtung stimmt. Aber die Zukunft war schon mal viel spannender. In den 70er Jahren, hier den Stanford Taurus. Ein Ring. Und das hier unten, das hier, das ist ein riesiger Spiegel. Der spiegelt hier quasi die Sonnenstrahlen auf Solarzellen. Und das ist ein riesiger Ring für 10.000 bis über 100.000 Bewohner. Und innen drin sieht es dann so aus. Ganz nett. Und man stelle sich nur mal vor, wenn man da geboren würde in so einem Ding. Das wäre für einen die Welt. Man würde es nicht anders kennen. Man kann sich schon vorstellen, dass das auch funktionieren könnte. Wenn wir mal ehrlich sind mit den Smart Homes heutzutage. Die Häuser sind energetisch isoliert, schallisoliert. Wärmetausch mit draußen. Eigentlich leben wir ja schon fast auf lauter Raumstationen. Wer geht denn noch draußen durch den Wald? Die paar Hansel. Der Rest lebt ja in Raumstationen schon. Hier, der sieht aus wie Gérard O'Neill. Sieht aus wie Spock. Raumfahrtaktivist und Teilchenphysiker. Der hat das also extrem propagiert. Und genau diese Kugeln da hinten, die eigentlich schon auf den Vorschlag aus den 20er Jahren zurückgehen, hat es also noch mal durchgespielt. Deswegen heißen die auch O'Neill-Kugeln. Und das sieht dann im Inneren so aus. Riesige Kugeln hier für 20.000 bis 30.000 Bewohner. Alles autark. Autarke Energieversorgung, autarke Pflanzen, also Ernährung. Und das segelt dann durch das Universum. Generationenlang. Und irgendwann trifft es auf einem anderen Planeten und besiedelt den. Das war so die Vorstellung. Und muss es nicht so kommen. Das ist ein planetarischer Nebel. Wunderschön. Unsere Sonne wird irgendwann mal genauso aussehen. Sie wird sich in 5 Milliarden Jahren aufplähen. Und dann sieht es für die Erde nicht mehr so gut aus. Dann wird es hier sehr heiß werden. Und dann gibt es nur eine Chance. Abhauen. Raus irgendwie. Vielleicht erst auf den Mars. Wahrscheinlich vorher schon auf den Mars. Und dann halt vielleicht sogar das ganze Sonnensystem verlassen. Weil ja dann übrig im Zentrum bleibt ja nur noch ein weißer Zwerg übrig, der dann gar nicht mehr genügend Energie liefert. Das heißt, man müsste sich wirklich das nächste passende Sonnensystem suchen. So ist die Vorstellung. Das heißt, im Moment leben wir in der Komfortzone. Stern in der Mitte. Unser normaler Sonnensystem. Und die Sonne halt. Ein Gehstern. Und wir sind im günstigen Abstand. Das nennt man die habitable Zone. Also die Bewohnbarkeitszone. Und je nachdem, wie man das definiert. Ich ist jetzt sehr breit eingetragen. Da ist sogar der Mars noch mit drin. Also wir haben jetzt hier die Erde, wie gesagt. Und hier ist der Mars. Wenn man guten Willens ist, könnte man das noch zur habitablen Zone rechnen. Man kann die ein bisschen anders definieren. Das ist ein bisschen enger. Aber in ein paar Millionen oder ein paar Milliarden Jahren wird es auf jeden Fall so aussehen. Die Sonne wird sich aufplähen. Die habitable Zone wandert nach außen. Dann könnten wir beispielsweise auf den Monden des Jupiter leben. Vielleicht auch nicht schlecht. Aber hier wird es so aussehen wie auf der Venus. Da will man lieber nicht sein. Das heißt, wir werden aus der Komfortzone sowieso rausgetränkt. Was übrig bleibt ist, raus aus dem Sonnensystem. Und jetzt will ich Sie so richtig schocken. Von wegen, das dauert ja noch ganz lang. Fünf Milliarden Jahre. Haha. Schon in 800 Millionen Jahren gibt es überhaupt keine Landtiere mehr. Bis dahin hat sich die Sonne schon so aufgebläht, dass die UV-Strahlung so stark sein wird, dass es auf dem Land kein Leben mehr gibt. Das heißt, dann müssen wir schon mal alle rein und wieder zurück in den Ozean. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das Land ist ja erst seit 500 oder 600 Millionen Jahren besiedelt. Und in 800 Millionen Jahren müssten wir schon wieder zurück. Das heißt, wir leben gerade im Moment in der Mitte der Zeit, wo überhaupt Land bewohnbar ist. In zwei Milliarden Jahren gibt es auch kein Ozean mehr. Das ist auch schon weg. Verdampft. Und dann dauert es lange, bis das kommt, wo ich vorhin gezeigt hatte, dass die Sonne sich ganz aufbläht. Das heißt, vorher müssen wir schon längst das Weite gesucht haben. Gehen wir mal auf die Arbeitshypothesen der Naturwissenschaften. Wie sieht denn das aus? Die Arbeitshypothese, die Grundhypothese ist, die Naturgesetze gelten im gesamten Kosmos. Davon gehen wir aus. Und das ist eine gute, da sind wir sehr überzeugt davon, dass das klappt. Wir kennen die ganzen Spektren, also wie Atome strahlen, aus dem Labor. Und wir schauen uns das Licht von fernen Sternen an, analysieren das genau nach den Kriterien, die wir aus dem Labor entwickelt haben und können feststellen, aha, in dem Stern oder in dem System, da gibt es Kohlenstoff, Sauerstoff, alles das, weil wir ja wissen, wie die Signatur ist, weil wir es aus dem Labor kennen. Drunter liegt die Hypothese, naja, die Physik da draußen, die muss ja dieselbe sein wie hier. Und das klappt wunderbar. Und egal, in welche Richtung wir gucken, das scheint im Universum überall der Fall zu sein und auch in früheren Jahrmilliarden der Fall zu sein. Das heißt, die Naturgesetze, nicht, dass wir die alle kennen, aber die gehen davon aus, es gibt Naturgesetze und die gelten im gesamten Universum. Jetzt kommt noch ein weiteres Prinzip hinzu, das Prinzip der Durchschnittlichkeit. Und das ist das kopernikanische Prinzip. Wir selbst, wie wir hier sitzen, oder ich stehe hier vorne, sind kosmischer Durchschnitt. Das heißt, an unserem Ort, wo wir uns befinden, ist nichts Besonderes. Unser Stern ist kein besonderer Stern. Die Zeit, in der wir gerade existieren, ist im Kosmos auch nicht so besonders. Und dass wir überhaupt Lebenwesen sind, ist auch nichts Besonderes. Wenn man das durchdenkt, zusammen mit der Kombination, dass die Naturgesetze überall gelten, dann müsste es eigentlich ganz viele von unserer Sorte geben. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wären wir was ganz Besonderes. Okay, jeder weiß natürlich, dass er selbst was ganz Besonderes ist, das ist ja ganz klar, ja. Aber im Kosmisch gesehen hat sich bisher bewährt, dieses Prinzip. Und es geht zurück auf Kopernikus, deswegen Kopernikanisches Prinzip. Der hat das nicht so formuliert, aber er war der Erste, deswegen der Name wird ihm zugeordnet, der Erste, der sozusagen die Erde von ihrer zentralen, besonderen Position herausgekickt hat und gesagt hat, nein, die Erde ist ein Planet unter Planeten. Sie ist Durchschnitt. Stimmt natürlich nicht ganz, weil im Sonnensystem hat die Erde natürlich schon eine besondere Bewandtnis. Sie ist ja nun mal lebenstragend und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt andere Sonnensysteme anschauen, da finden wir andere Planeten und wir gehen streng davon aus, stark davon aus, dass es andere Erden gibt. Schauen wir uns mal ganz kurz das heutige Universum an, also unsere Vorstellung. Wir haben die Sonne im Zentrum, das ist alles nicht maßstabsgerecht, klar. Wir sind irgendwo auf der dritten Innenbahn. Und acht Planeten, fünf Zwergplaneten, viele Zwergplaneten haben wir noch nicht entdeckt. Das sind tausende von Asteroiden. Und oben steht aber das Wichtigste, die Sonne ist ein normaler Stern vom Typ G. Von denen gibt es Milliarden in der Milchstraße. Und hunderte von Milliarden in anderen Milchstraßen, in anderen Galaxien. Also es wäre ein Hinweis, dass wir was Besonderes sind. Wenn unser Stern beispielsweise so ein ganz exotischer wäre, dann hätte man vielleicht die Überlegung, aha, Leben hängt damit zusammen, dass wir einen exotischen Stern haben. Das nur dann klappt es. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Ganz normaler Otto-Normal-Verbraucher-Stern und wir existieren. Und das gibt ja schon einen starken Hinweis, dass wir irgendwie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, einfach nur durchschnittlich sind. Nur nochmal so kleine, zum amüsieren, was eigentlich so wirklich Sache im Kosmos ist, wie ein Stern so aussieht, das ist die Sonne. Und da unten, wenn Sie es überhaupt erkennen können, da sind wir. Und nehmen uns ganz wichtig und kämpfen um jeden Quadratmeter. Insbesondere, wenn es um den Vorgarten vom Nachbar geht. Okay. Jetzt gibt es Milliarden von Sonnen in der Galaxis, in unserer Milchstraße allein schon. Ich rede jetzt nur mal von unserer eigenen Milchstraße, von anderen Milchstraßen rede ich jetzt nicht mehr allzu viel. Das ist einfach jetzt so eine Nachtaufnahme. Und alle Püntchen, die wir hier sehen, sind andere Sonnen. Und wir glauben heute und sind sehr überzeugt davon, dass jedes von diesen Püntchen, jedes von diesen Sternen, von diesen Sonnen, selbst wiederum Planetensysteme hat. Von etlichen Planeten. Und wenn Sie das alles mal hochrechnen, dann, da kommen Sie auf gigantische Zahlen. Die Milchstraße können wir von außen nicht aufnehmen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein Bild vom Andromedanebel genommen. Das ist unsere nächste Nachbargalaxie. Die sieht so ähnlich aus, ist unsere Vorstellung wie unsere eigene Milchstraße. Und wenn wir jetzt von außen auf unsere Milchstraße blickten, dann wären wir irgendwo so in einem äußeren, sehr langweiligen Ast. Langweile ist gut. Zentrum ist interessant. Explodieren über alle Schlag Supernovae ist nicht gut für die Gesundheit. Hier draußen ist Langweile. Langweile heißt Lebensversicherung. Das ist sehr gut. Und da drehen wir uns munter einfach über die Millionen von Jahren einfach immer im Kreis herum. Und insgesamt haben wir in dieser Sterneninsel 200 Milliarden Sonnen. 200 Milliarden Sterne. Vielleicht sehen Sie auch ein paar mehr oder weniger. Bei Kleinigkeiten sind wir großzügig. Und im Moment, wenn Sie auf exoplanet.eu gehen, kriegen Sie immer die Liste. Im Moment sind wir bei 4200 oder so was angelangt von anderen Exoplaneten. Wir kennen jetzt 4000 andere Planeten. In unserem Sonnensystem gibt es acht. Und wir kennen 4000 weitere. Von anderen Sonnensystemen. Und davon sind 130 in ihrer Bewohnbarkeitszone. Wenn man dann genauer hinguckt, stellt man fest, naja, von denen, die jetzt in dieser Bewohnbarkeitszone sind, die ist so definiert, dass dort potenziell Wasser flüssig wäre. Da könnte es einen flüssigen Ozean geben. Dazu muss natürlich der Planet, der da sitzt, erstmal eine Oberfläche haben und nicht einfach nur ein Gasplanet sein. Da gibt es keinen Ozean. Insofern ist die Aussage, dass ein Planet in einer habitablen Zone ist, noch nicht der weiß seit letzter Schluss. Da muss noch einiges zusammenkommen. Und hinzu kommt noch, viele von denen, die wir jetzt entdeckt haben, sind kleinere Sterne als die Sonne. Zwerg-Sterne. Dann ist natürlich die Bewohnbarkeitszone näher dran. Es reicht zwar für die Temperatur, aber diese Zwergsterne haben andere unangenehme Eigenschaften. Die machen solche Flares und sowas, sodass man doch der Meinung ist, wenn es zu nah an diesem Stern ist, dann kann man zwar definieren, habitable Zone, aber echt lebensförderlich ist dann diese Zone doch nicht. Also ein bisschen ist unser Sonnensystem schon was Eigenes. Ja, es muss schon ein G-Stern höchstwahrscheinlich sein und nicht diese kleineren M-Zwerge, von denen wir jetzt ganz viele Planeten entdeckt haben. Das hängt aber mit der Beobachtungsmethode zusammen. Das hängt einfach mit der Methode zusammen, wie wir die Exoplaneten im Moment auffinden. Und da finden wir sozusagen vor allem nur diese mickrigen Sterne mit ganz engen, umlaufenden Planeten. Das wird sich aber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alles deutlich ändern. Nochmal zurück. 4.000 Exoplaneten kennen wir schon, habitable Zone. Selbst wenn man pessimistisch ist, ich gehe nochmal gerade zurück, und sagt jetzt, von den 130 ist vielleicht nur eine, wo es wirklich so günstig ist, ja, bei 1 von 4.000 und das bei 200 Milliarden Sterne, wenn Sie da mal ein bisschen plutimizieren quasi im Kopf da, multiplizieren, da kommen Sie auf gigantische Zahlen, wo gewissermaßen Leben möglich ist. Also Sie müssen extrem pessimistisch werden, um die Zahl so runterzurechnen, damit nur eins übrig bleibt, nämlich wir. Naturgesetze gelten im gesamten Kosmos, in der gesamten Milchstraße, und wir sind kosmischer Durchschnitt. Unsere Entwicklung, unsere Evolution, unsere biologische, geht naturgesetzlich vonstatten, da sind wir überzeugt davon. Und wenn es woanders nur günstig ist, dann sollte es genauso funktionieren. Ja, jetzt kann man ganz optimistisch sein, und das war man in den 60er Jahren, und hatte schon ausgerechnet, dass es ja dann Zehntausende von denen da draußen geben müsste, und dass die da kreuz und quer funken. Ja, war also der Meinung, wir sind irgendwie Durchschnitt, und da draußen muss es ganz viele intelligente Spezies geben. Ja, und wir sind nur eine von denen. Und wie der geschätzte Kollege Harald Lesch immer sagt, die Außerirdischen sind auch nur Menschen. Also so ähnlich, ja, sieht man ja, das sind ja Dokumentaraufnahmen hier. Naja, nicht wirklich. Okay, jetzt gilt aber Folgendes. Alle diejenigen, wenn die alle auf so ganz normalen G-Stern sich umlaufen, wie wir auch, wenn die genau so ein Planetensystem haben, wie wir auch, auch die sind auf lange Sicht davon betroffen, dass ihr Stern sich aufbläht, auch die müssen raus. Die müssen Raumkolonisation machen, sie müssen jedenfalls ihr Planetensystem verlassen, und natürlich funken sie dann auch immer sich irgendwie hin und her. Das heißt, das Universum müsste eigentlich voll sein von, also die Milchstraße, voll sein von irgendwelchen Funksprüchen, wie auch immer. Irgendeine intelligenten Signale. Und deswegen gab es seit den 60ern riesige Projekte. Es gibt heute noch das CETI-Institut, also CETI heißt Search for Extraterrestrial Intelligence, Suche nach extraterrestrieren Intelligenzen. Und wer den Film Contact nicht gesehen hat, hat er was verpasst, unbedingt angucken. Judy Foster hier in der Hauptrolle, also ich finde den Film bemerkenswert, auch von der Problematik Glaube und Wissenschaft, also unbedingt angucken. Und in dem Film wird auch, deswegen zeige ich das hier, das Very Large Array in New Mexico verwendet. Das wurde auch mal für eins von diesen CETI-Projekten verwendet, jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr so. Das CETI-Institut wird privat finanziert, weil die staatliche Finanzierung, die wollen sich damit nicht abgeben. Das ist gewisserweise ein bisschen als unseriös. Aber die Idee existiert ja weiter. Eigentlich müsste es doch intelligente Funksignale, irgendwelche Signale aus dem Universum geben. Die sind nicht zielgerichtet auf uns, sondern einfach nur so Abfallstrahlung. Ich meine, wenn Sie mit einem Handy irgendwo telefonieren, dass Sie in einem Kaufhaus stehen und gerade fragen, ob Sie jetzt die Milch mitbringen sollen oder nicht, all das geht ja auch nach außen. Ob das jetzt ein intelligentes Signal war, weiß ich jetzt nicht, aber es geht nach außen. Es geht raus. Und irgendwann, mit entsprechenden Sensoren, kann es aufgefangen werden. Und so etwas Ähnliches müsste man eigentlich auch hören. Was ist die, seit 70 Jahren wird jetzt gelauscht. Null. Null Ergebnis. Null. Und jetzt fängt es lang, als es 10 Jahre lief, man hat es nicht entdeckt. Ja, okay, gut, dann müssen wir ein bisschen weiterhören. Nach 20 Jahren, nach 30, langsam kam Unruhe auf. Nach 70 Jahren jetzt, jetzt wird es langsam interessant. Jetzt scheint etwas mit unseren grundlegenden Annahmen, dass die Naturgesetze überall gelten und dass wir kosmischer Durchschnitt sind, irgendwie nicht mehr zu passen. Irgendwas passt hier nicht mehr. Jetzt kann man natürlich immer, es gibt so die Zoohypothese. Es gibt schon Außerirdische, die gucken aber auf uns wie so ein Zoo. Die halten alle Ruhe und gucken auf uns. Dann wären wir aber etwas ganz Besonderes. Das widerspricht dem kopernikanischen Prinzip. Dann wären wir die Zootiere und alle anderen werden ganz intelligent. Höchstwahrscheinlich nein. Hinzu kommt noch das Fermi-Paradoxon. Enrico Fermi ist eigentlich ein extrem, also ein Kernphysiker und Entwickler der Quantenphysik. Jeder, der Physik studiert, kennt ihn natürlich. Und der hat angeblich bei einem Gespräch in der Mensa einfach die Frage sozusagen bei seinen Kommilitonen oder sowas gestellt. Wenn die Milchstraße tatsächlich angefüllt ist mit diesen extraterrestrischen Intelligenzen und die schon seit Millionen oder gar Milliarden Jahren existieren, also Vorsprung haben, wo sind sie? Wo sind die Raumstationen oder wo sind vielleicht die Raum-, die automatischen Raumsonden? Die müssen ja nicht selber fliegen. Die können ja einfach ganze Roboter-Armadas ins Universum schicken und fremde Planeten ausbeuten. Ich meine, unsere Erde hat viel zu bieten an Mitteln, an seltenen Erden und sowas, an Rohstoffen. Also optimal eigentlich zum Ausbeuten. Warum findet man hier nicht irgendwelche Robotersonden, die diesen Planeten schon längst leergefressen haben? Wir besorgen es gerade im Moment selbst, aber ja. So, da gibt es zwei Lösungen. Es gibt noch ganz viele, aber ich stelle zwei Lösungen her. Naja, weil wir etwas Besonderes sind, beobachten wir keine extraterrestrischen Intelligenzen. Weil wir nichts Besonderes sind, beobachten wir keine extraterrestrischen Intelligenzen. Das ist die zweite Lösung. Hm, wie soll das zusammenpassen? Nehmen wir mal Lösung 1. Die wird insbesondere auch vom geschätzten Kollegen Harald Lesch gerne propagiert. Man kann das alles nachvollziehen, Gründe finden, warum wir trotz kopernikanischem Prinzip was Besonderes sind. Dass also die Lebensentstehung und die Entstehung des intelligenten Lebens doch irgendwie so ein enger Flaschenhals ist, dass es uns halt eben nur einmal gibt. Das kann natürlich schon sein. Wenn man unseren Planeten anguckt, dann haben wir einen Doppelplanet eigentlich. Der Mond steht uns gar nicht zu. Wir haben einen viel zu großen Mond, Verhältnis zum Planeten. Und dieser Doppelplanet, dieser Mond führt dazu, dass die Erde überhaupt eine stabile Achse hat. Wäre der Mond nicht, würden die Störungen der anderen Planeten dazu führen, dass unsere Erdachse immer mal so 90 Grad abkippt. Und wir würden kurz auf der Seite liegen. Das gäbe eine totale Klimaänderung. Stabiles, braucht wieder Langweile. Also Intelligenzentwicklung braucht auch Ruhe und Langweile. Und das ist gut. Denn bei solchen chaotischen Zuständen kann man sich kaum vorstellen, dass aus niederem Leben sich irgendwann mal wirklich höheres Leben entwickeln könnte. Da fehlt einfach die Stabilität. Plattentektonik ist ganz wichtig. Wahrscheinlich das Elementarste, damit überhaupt die Evolution so möglich war, wie wir sie, die biologische Evolution, wie wir sie kennen. Denn die Venus ist genauso groß wie die Erde, hat aber keine Plattentektonik. Dort gibt es auch Platten, die sind aber derart was von verhakt. Die können nicht untertauchen. Bei uns ist ja so, eine Platte taucht unter die andere unter. Wie funktioniert das? Naja, weil uns einfach Kruste fehlt. Das Besondere an unserem Planeten ist ja gar nicht, dass es Wasser gibt, sondern dass es trockenes Land noch gibt, zusätzlich. Trockenes Land plus Wasser ist die Kunst. Das heißt, es muss ein Teil von der Erdkruste weg, damit es Platten gibt, die jetzt sich gegenseitig verschieben können. Und die Idee ist ja, der Mond ist ja aus einer gigantischen Kollision entstanden, die quasi die Erdkruste abgehobelt hat. Das heißt, unsere Erdkruste schwebt gerade in 300.000 Kilometer über uns, genannt Mond. Stimmt nicht ganz, da muss noch ein bisschen was dazukommen. Aber so vom Groben her würde das wunderbar passen. Sodass jetzt auf der Erde ein großer Thermostat sich entwickeln kann, durch diese Tatsache, dass einige Platten... Auf den Meeresboden senkt sich, es sackt ja Kalk ab. Diese ganzen Krustentiere lagern Kalk ein, fallen runter und unten bildet sich Kalkablagerungen. Das heißt, CO2 aus der Luft wird auf den Meeresboden gelagert. Anschließend kann aber wiederum eine Meeresplatte untertauchen in die Tiefe der Erdkruste, wird aufgeschmolzen und dann kommt das CO2 über die Vulkane wieder raus. Ein gigantischer Regelkreislauf, der dazu führt, so die Idee, dass das Klima auf dieser Erde vier Milliarden Jahre mehr oder weniger konstant ist. Super. Das ist schon selten, höchstwahrscheinlich. Das andere ist, mag ja sein, dass es Leben irgendwo gibt, grüner Schleim überall. Und auf der Erde muss man sich überlegen, drei Milliarden Jahre lang gab es nur Einzeller. Und erst dann gab es mehr Zeller. Erst seit kurzem eigentlich. Und dann ganz schnell uns. Und bis es uns gibt, muss noch was zusammenkommen, nämlich nicht nur Intelligenz, sondern Intelligenz und auch noch körperliche Geschicklichkeit. Dass wir so eine Hand haben, die was greifen kann, ist ganz entscheidend. Es nutzt nichts, wenn wir im Wasser leben, sind ganz intelligent, haben überflossen und können nicht wirklich was anpacken. Sofern diese Kombination ist auch ein Flaschenhals. All das führt zusammen zu der Lösung, aha, wir sind die erste, vielleicht sogar die einzige, fortgeschrittene technische Zivilisation in der Milchstraße. Diese Lösung würde alles wunderbar erklären. Ist aber mit dem kopernikanischen Prinzip im Widerspruch. Das muss man sich einfach klar machen. So, wenn Sie jetzt nicht weiter Ihre gute Laune strapazieren wollen, dann wäre der Vortrag jetzt bei Ihnen beendet. Denn jetzt wird es nicht so schön. Vielleicht. Nachher habe ich ein Trostpflaster. Wir sind kosmischer Durchschnitt. Es gibt ganz viele extraterrestrische Intelligenzen. Da gibt es Möglichkeiten. Entweder gibt es die wirklich gleichzeitig. Dann müsste man aber erläutern, warum wir keine Funksprüche hören. Oder es gab schon ganz viele in der Weise, da gibt es mal da eins kurzlebig, dann da eins, dann da eins. Und jetzt sind wir halt gerade dran. Das ist das andere. Aber wir sind da auch in diesem Sinne einfach nur Durchschnitt. Und das hat versucht, Richard Gott, der Dritter, auf den Punkt zu bringen. Das Ganze läuft unter dem Schlagwort Doomsday Argument. Wenn Sie das mal googeln, Doomsday, also quasi jüngstes Gericht Argument, da gibt es ganz viele dafür und da wieder. Ich stelle es Ihnen einfach vor. Sie wundern sich nur, was man alles machen kann. Nachher können wir das noch mal kurz diskutieren, ob man es so machen kann. Er nennt es das Delta-T-Argument. Er hat es immerhin geschafft, das in Nature zu publizieren. Das ist ja die Zeitschrift mit dem höchsten Ranking. 1993. Ihm wurde dann widersprochen, dann wurden widersprochen, dem Widerspruch widersprochen. Und also es ist immer noch offen. Also Implikationen für das kopenhagenische Prinzip für unsere Zukunftsaussichten. Wie geht das? Jetzt ist ein bisschen Rechnen angesagt, aber nicht wirklich viel. Wir gehen mal in einen Kaffee und nehmen einen Kaffee. Und unsere Begegnung mit dieser Tasse, die ist ja nicht besonders. Wir kennen diese Tasse nicht. Wir haben uns einfach serviert. Eine Begegnung der nicht besonderen Art. Unser Zusammentreffen mit dieser Tasse ist also rein zufällig. Okay, können wir akzeptieren. Dass die Tasse nicht ewig lebt, ich glaube, das ist auch klar. Nichts lebt ewig. Die Tasse hat irgendeine endliche Lebensdauer. Und noch, wir treten nicht in Korrelation zur Tasse. Heißt einfach nicht, wir schmeißen sie jetzt nicht auf. Also wir sorgen nicht dafür, dass sie jetzt gleich kaputt geht. Und wir stellen sie auch nicht ins Museum. Sondern nicht in Korrelation. Wir benutzen sie ein bisschen und dann wieder zurück. Rein zufälliges Zusammentreffen. Endliche Lebenszeit. Keine Korrelation mit der Tasse. Jetzt ein bisschen Gehirnschmalz investieren. Das wäre die Lebensdauer dieser Tasse. Die kennen wir natürlich nicht. Das wissen wir ja nicht. Aber irgendwo ist sie mal begrenzt. Das steht mal ganz fest. Unendlich wird die nicht existieren. Aber unser heutiger Zeitpunkt, wir gehen mal davon aus, wir wären heute ins Kaffee gegangen. Das ist irgendwo. Unser heutiger Zeitpunkt ist auf dieser Gesamtstrecke irgendwo. Irgendwo. Rein zufällig. Der kann da vorne sein. Dann heißt das, die Tasse hat ein gewisses Alter. Und das, was noch vor ihr liegt, ist die Zukunft. Okay. Kann auch da hinten sein. Ein langes Alter und da kommt nicht mehr viel Zukunft. Alles ist möglich. Wissen wir ja nicht. Oder doch? Hm. Jetzt sagt Richard Gott, der Dritte, naja, mit 50% Trefferwahrscheinlichkeit sind wir genau in der Mitte. In dem mittleren Einhalb der Lebenszeit. Unser heutiger Zeitpunkt liegt also irgendwo mit 50% Wahrscheinlichkeit in diesem mittleren Bereich. Das heißt, wenn wir wüssten, wie alt das Ding ist, könnten wir schon mal so ganz grob abschätzen, naja, vielleicht wird es einfach nur doppelt so alt. So ganz grob. Und noch mal eins zurück, was ich ganz interessant finde. Die Sonne hat gerade die Hälfte ihrer Lebenszeit hinter sich. Merken Sie, dass wir schon wieder in der Hälfte der Lebenszeit sind. Die Bewohnbarkeit des trockenen Landes ist gerade auch in der Hälfte. Okay. Wir sind mittendrin. Jetzt ist es so. Also mit 50% Treffsicherheit sind wir vielleicht gerade da hinten und es kommt noch ein Drittel von dem, was schon hinter uns ist. Na, zwei Drittel sind eins, zwei, drei Blöcke und einer ist noch da vorne. Also ein Drittel von dem, was blau ist, was hinter uns liegt, könnte noch kommen. Mit einer Aussage Wahrscheinlichkeit von 50%. Oder wir haben eine Aussage Wahrscheinlichkeit von 50%. Na ja, vielleicht ist es doch gerade. Sind wir hier und es kommt vielleicht noch das Dreifache von dem, was schon hinter uns ist. Das wäre so die Bandbreite mit einer Aussage von 50-50. Also fragen wir doch einfach, wie alt ist denn eigentlich die Tasse? Und wir kommen zur Antwort, drei Jahre. Wieso? Aha. Ja, wieso wissen wir? Weil wir jetzt abschätzen können. Wir gehen in unsere Rechnung und wissen jetzt, aha, das Blaue ist drei Jahre. Also kommt jetzt noch ein Drittel oder das Dreifache. Mit einer Aussagekraft von 50% natürlich nur. Das heißt, wir denken uns, na ja, die Tasse wird höchstwahrscheinlich noch ein Jahr leben, aber höchstens neun Jahre. Aber wir wollen es ja genauer wissen. Was heißt wissen? Vermuten. Wir wollen Vermutungen äußern, die treffsicherer sind. Wir sagen, hm, mit 95% Treffsicherheit sind wir in dem kompletten 95%-Bereich in der Mitte. 95%-Bereich in der Mitte. Wir könnten also quasi mit 95% Treffsicherheit entweder ganz da hinten sein, da oder ganz da vorne. Hier. Also entweder kommt nur noch so ein bisschen oder es kommt noch ziemlich viel von dem Blauen. Jetzt müssen wir einfach bis zu 2,5 durch 97,5 dividieren. Das machen Sie natürlich im Kopf. Da kommt 39 irgendwie raus. Immer der Faktor 39. Also entweder ein 9,30 oder das 39-Fache. Oder ganz grob 40. Geht auch. Da hätte man eine Aussage mit 95%-iger Treffsicherheit und das ist schon nicht so ohne. Jetzt wissen wir ja, also die Zukunft ist mindestens ein 9,30 des Alters oder das höchstens das 9,30-Fache. Wie gesagt, nicht 100% sicher, sondern nur mit so einer hohen Treffsicherheit. Jetzt wissen wir ja, das Alter ist 3 Jahre. Wir kennen ja das Alter. Wir haben also eine Zusatzinformation. Das ist das Besondere. Und machen jetzt genau diese Abschätzung. Ein 9,30 von 3 Jahre oder das 9,30-Fache. Das heißt, wir können mit tiefer Stimme und Überzeugungskraft der Auskunft 3 Jahre wieso antworten, tja, ich sage Ihnen auf den Kopf zu, die Tasse lebt noch mindestens 28 Tage, aber höchstens 117 Jahre. Erwarten Sie nicht Verständnis. Die Zahlen sind natürlich gaga, wie man so schön sagt. Aber sind Sie falsch? Was hätten Sie jetzt gesagt, wenn Sie in einen Kaffee gehen und würden so eine Tasse sagen und so auf den Bauch rauchen, ja, wie lange lebt denn so eine Tasse? Was hätten Sie gesagt? Fünf Jahre vielleicht, oder? Ja. Und das stimmt ja. Innerhalb dieses Bereiches. Es geht nur um innerhalb des Bereiches. Insofern ist die Aussage zwar vielleicht, was die Zahlen anbelangt, seltsam, aber sie ist nicht falsch und darum geht es eigentlich. Was beabsichtigt da Richard Gott damit? Er meint einfach, naja, da wird jetzt quasi mathematisch mit einem mathematischen Kniff das, was wir alle so aus dem Bauch heraus immer so, schon im Gefühl hatten, dass Altes sich offenbar bewährt hat und wird also wahrscheinlich noch länger als ein erst kürzlich aufgetretenes Objekt oder Phänomen. Und Sie können das jetzt anwenden und Richard Gott macht das auf alles Mögliche. Beispielsweise, ich komme ja aus Frankfurt, Physikalischer Verein, das ist unser Institutsgebäude, das ist 111 Jahre alt. Das ist in Frankfurt auf der Zeil das Shoppingcenter Meilzeil. Wenn ich Ihnen jetzt einfach sage, in 100 Jahren, welches von den beiden Gebäuden steht noch? Da würde man doch eigentlich meinen, ja, das Jüngere, das hat ja noch, das hat ja noch einiges vor sich. Und trotzdem wissen Sie alle, dass in 100 Jahren, höchstwahrscheinlich, einfach nur so, das Ding noch steht und das nicht mehr. Die Gründe sind vollkommen egal. Die Gründe sind völlig egal. Aber irgendwie aus dem Bauch raus weiß man, das, was schon da ist, hat schon viel hinter sich. Zwei Weltkriege, ich weiß nicht alles was. Und ist immer noch da, aus ganz verschiedenen Gründen. Denkmalschutz, das spielt alles keine Rolle. Einfach nur die Tatsache, dass es 111 Jahre alt ist, dieses Gebäude. Und das andere 10 Jahre können wir jetzt das Delta-T-Argument anwenden und kommen natürlich zu irren Zahlen. Das heißt, mit einer Treffsicherheit, mit der Aussage Treffsicherheit von 95 Prozent behaupten wir jetzt, okay, die Zukunft dieses Gebäudes ist noch drei Jahre, aber höchstens 4.300. Hm. Und die Mai-Zeile, die steht noch mindestens drei Monate, aber höchstens 390 Jahre. Was will man mit solchen Zahlen machen? Trotzdem sind ja die Zahlen, also diese Aussage, ist nicht falsch. Und das ist ja in der Statistik immer so. Wenn Sie eine ganz scharfe Aussage treffen, dann ist die höchstwahrscheinlich, dann ist Ihre Belastbarkeit extrem gering. Wenn Sie die Aussage nur schwammig genug machen und breit genug, dann ist diese Aussage sehr zutreffend. Das ist gerade so das Gegenteil von dem, wo man so sagt, ja. Je offener Sie die Aussage machen, umso treffsicherer ist ja diese Aussage, weil Sie sich ja nicht festlegen. Philosophisch, Pantarei, alles fließt. Ja, der Satz ist einfach nur wahr. Aber heutzutage wollen wir es natürlich besser wissen, wie schnell fließt es, wohin und warum und so weiter. Aber wenn man auf so einem Niveau ist, alles fließt, ist dieser Satz natürlich erst mal wahr. Insofern sind diese Sachen hier, diese Aussagen, sind mit 95%iger Treffsicherheit durchaus korrekt, würde man so erst mal argumentieren. So, jetzt kann man das Beispiel auf die Bundesrepublik Deutschland anwenden. Hm. Die gibt 70 Jahre. Wir vermuten also mit hoher Treffsicherheit, dass sie noch 22 Monate durchhält. Wir hoffen es doch mal. Toi, toi, toi. Aber höchstens 2730 Jahre. Und tatsächlich ist es so, Reiche auf dieser Welt machen durchaus ein paar tausend Jahre mit, aber so nach 2000 Jahren ist auch meistens immer Schluss. Also kommen wir jetzt schon in einen Bereich, wo man sagt, naja, hm, stimmt eigentlich auch. Und jetzt wenden wir es einfach mal auf Homo sapiens an. Unser heutiger Zeitpunkt, wie Sie hier sitzen, wie ich hier stehe, unser heutiger Lebenszeitpunkt ist ja in der Existenzzeit von Homo sapiens vollkommen beliebig, völlig herausgegriffen. Genau das mit mir in der Tasse. Unser Zusammentreffen mit Homo sapiens ist genauso wie im Kaffee mit der Kaffeetasse. Jo. Das heißt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir innerhalb der letzten, der ersten oder der letzten 2,5% der Gesamtdauer leben. Unendlich wird auch Homo sapiens nicht liegen, das ist immer klar. Nichts ist unendlich. Aber dass wir gerade in den letzten 2,5% oder in den anfänglichen 2,5% sind, wäre möglich, aber eher leben wir gerade in den mittleren 95%. Höchstwahrscheinlich. Gleiches Spiel. Das heißt, unsere Zukunft ist das, was wir schon hinter uns haben, noch mindestens das 39-fache, aber höchstens das 39-fache des Alters. Jetzt muss man einfach nur gucken, Paläontologen fragen, was sie dem Alter ungefähr zuweisen. Man sagt, etwa 200.000 Jahre. Da kann man sich jetzt natürlich streiten, was man zu Homo sapiens dazu zählt oder nicht. Okay. Das ändert ein bisschen die Zahl. Jetzt machen wir einfach diese Rechnung und haben eine Aussage, angewendet ist auf Homo sapiens. Und bislang waren diese Aussagen zwar ein bisschen irre, was die Zahlen anbelangt, aber sie waren nicht falsch. Und jetzt kommen wir einfach drauf, dass Homo sapiens höchstens noch, also höchstwahrscheinlich noch 5000 Jahre mitmacht, aber höchstens 7,8 Millionen Jahre. Und nicht mehr länger. So, und jetzt wird es plötzlich komisch. Vorher hatte ich doch gesagt, wir müssten quasi fliehen, weil die Sonne sich aufbläht und Gott weiß was. Ich glaube, wir haben andere Probleme. Das heißt, nach dieser Rechnung, wenn sie denn wahr ist, also anwendbar, nicht wahr, Entschuldigung, das Wort darf man nicht benutzen in der Wissenschaft, sondern anwendbar ist, eine Anzhypothese, dann hieße das mit dieser Aussagestärke von 95 Prozent, macht es Homo sapiens noch knapp 8 Millionen Jahre und dann ist Schluss. Vergleichen wir das doch einfach mal mit anderen Arten. Lassen wir uns mal von den Paläontologen aufklären. Naja, da findet man, dass die meisten Arten sowieso nur so zwischen 1 und 11 Millionen Jahre existieren, dann sind sie weg. Insofern wären wir doch ein guter Gesellschaft. Schauen wir mal genauer, Säugetiere machen es im Mittel auch nur 2 Millionen Jahre. Also es gibt Ausnahmen, die Fledermäuse, die gibt es seit 50 Millionen Jahren. Das stellt man fest, dass sie sich kaum in ihrer Morphologie verändert haben. Die haben kaum Feinde, das heißt, da findet keine Evolution so statt, offenbar. Die Gründe sind egal, auf jeden Fall, die Fledermäuse sind so eine von den Ausnahmen. Gibt es immerhin. Und schauen wir noch genauer hin, unsere direkten Vorgänger oder zumindest Nebenäste, Neandertaler, also Homo erectus, 1,6 Millionen Jahre, Neandertaler gerade mal 300.000 Jahre. Die Zahlen können ein bisschen falsch sein, gibt es vielleicht aktuellere Daten, mag alles sein, aber großartig ändert sich das jetzt auch nicht. Das heißt, mit unserer Abschätzung hier oben sind wir in bester Gesellschaft. Es ist natürlich so, wie wir heute leben, hängt auch davon ab, dass wir heute leben, dass es eine Überbevölkerung vielleicht gibt. In Zeiten der Überbevölkerung ist es, wenn Sie die Menschheit sozusagen von außen angucken, ist ja, wenn es Zeiten gibt, wo eine Überbevölkerung ist, sind von allen je geborenen Menschen, die je geboren worden sind und geboren werden, ist es ja viel wahrscheinlicher, dass man als Mensch in diesem Peak gerade lebt, wo eine Überbevölkerung ist. Also höhere Wahrscheinlichkeit, in diesem Zeitraum zu leben. Das heißt, um dem zu entfliehen, stellt man eine sogenannte chronologische Liste auf. Das heißt man, also die Namen von den beiden Ersten, die kennen wir, die heißen Adam und Eva und dann geht es irgendwie weiter und dann komme ich oder sie und dann geht es da hinten wieder weiter. Man kann jeden Mensch, wie er geboren wurde, alle zehntel Sekunde wird einer geboren, kann man ihn so eine Reihe aufstellen, natürlich nur hypothetisch. Es gibt genauso eine Reihe von Mensch Nummer eins bis letzter Mensch. Ist natürlich Fiktion, ist klar. Aber ihr Platz oder mein Platz auf dieser Reihe ist jetzt wieder vollkommen zufällig. Irgendwo befinden sie sich mit höchster Wahrscheinlichkeit in den mittleren 95%. Kopenhagenisches Prinzip sagt, meine Position auf der Liste ist wieder rein zufällig und ich bin irgendwo in den mittleren 95%. Und wenn das wieder stimmt, heißt das, alle, die vor mir sind und alle, die nach mir kommen, stehen wieder in diesem Verhältnis eins zu 39 oder das mal 39-Fache. Das heißt, nach mir kommen noch maximal das 9, nicht maximal, sondern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, noch das 39 oder 40-Fache von dem, was schon vor mir ist. Das kann auch anders kommen, ist klar, aber es geht um die Aussagekraft. Jetzt muss man wissen, wie viele waren denn vor mir? Das wird heutzutage, macht das das Population Reference Bureau, habe ich gerade nachgeguckt, 2019 haben sie eine neue Zahl, also Populationsmodelle der Vergangenheit gerechnet und kommen drauf, das geht man heute aus, dass schon 108 Milliarden geboren wurden. 108 Milliarden wurden vor uns, also vor ihnen quasi, schon geboren. Viele davon leben nur ein paar Tage, das ist halt eben so, Kindersterblichkeit war früher sehr hoch, all das zählt trotzdem mit rein. Einfach 108 Milliarden wurden schon geboren. So, Rechenexempel, mal 39 durch 39. Okay, es werden noch höchstwahrscheinlich noch 2,7 Milliarden geboren und noch höchstens 4.200 Milliarden. Also 4 Billionen. Das ist ein Haufen Holz. Das heißt, die Frage ist, wie lange dauert denn das? Wie lange dauert das, bis 4.200 Milliarden geboren werden? Das hängt natürlich davon ab, wie viel pro Jahr beispielsweise geboren werden. Und im Moment, die Zahl sage ich gleich, wir gucken uns jetzt verschiedene Populationsmodelle an, beispielsweise dieses. Früher war die Bevölkerung niedrig, heute sind wir bei 7,7 Milliarden anbelangt und hoffentlich schaffen wir es, auf die 12 Milliarden zu stabilisieren. Hoffentlich, mehr schafft der Planet nicht. Es knarzt eh schon bei 7,7. So. Derzeit, kann man auch sich von dem Büro sagen lassen, werden 150 Millionen Menschen pro Jahr geboren. Jetzt einfach Taschenrechner nehmen und ausrechnen, wenn diese Population weiterhin so läuft, also die Geburtenrate, wie lange dauert das, bis 4.200 Milliarden abgefrühstückt sind? 28.000 Jahre. Mehr nicht. Das ist jetzt nicht so viel. In 28.000 Jahren werden 4.200 Milliarden geboren, wenn es einfach so weitergeht, wie bisher. Das heißt aber jetzt, wenn das Modell gilt, dass also dieses sozusagen, und jetzt machen wir weiter, dass sozusagen das hier einfach viel länger geht, und zwar 100 Millionen Jahre, wie man das ja gerne hätte, Raumschiffe bauen, den Planet verlassen, und alle diese Dinge, dann hieße das, dass wir hier am Anfang einer unendlich, einer wahnsinnslangen chronologischen Liste wären. In diesem wahnsinns Mini-Anfang vorne. Und dann kommen ganz viele Milliarden, Trillionen von Menschen noch, die das Universum bevölkern, also die Milchstraße. Möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Anderes Modell. Wir schaffen es, bei 12 Milliarden zu stabilisieren, und dann hoffentlich über kurz oder lang auf eine Milliarde zurückzugehen. Wäre gut für die Erde. Dann sinkt natürlich auch die Geburtenrate hier hinten. Und entsprechend dauert es länger, bis diese 4.200 Milliarden geboren sind. Ja klar. Einfach wiederum drei Satz. Dann dauert es 200.000 Jahre. Ist jetzt auch nicht so viel. Vorhin hatten wir gesagt, dieses Zeitlimit, der sagt eigentlich, dass nach 8 Millionen Schluss wäre. Das Populationsmodell sagt aber schon, eigentlich ist es schon viel früher, passt es nicht. Weil wir nämlich dann, wenn dieses Modell gehen würde, und es würde auf lange, lange Sicht bei einer Milliarde bleiben, wären wir wiederum am Anfang von einer wahnsinnig langen chronologischen Liste, wir wären an diesem unwahrscheinlichen Anfangsmoment. Möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Nehmen wir doch mal ein anderes biologisches System, so eine Hefekultur in einer begrenzten Petrischale. Einfach biologische Systeme in einem begrenzten Lebensraum. Was machen die? Die fressen einfach alles weg, was da ist, und dann wundern sie sich, dass nichts mehr da ist. Entsprechend geht es hier hoch, exponentielles Wachstum, und dann geht es hinten wieder, Karajo wieder runter. Das ist normal in der Biologie. Hm. Und schaut mal uns das Bevölkerungswachstum der Erde an. Im Moment haben wir 7,7 Milliarden. Bei 12, das ist jetzt hier von 2017, das World Population Prospects. Da geht es, das Lilane hier stabilisiert sich bei 11 Milliarden, also diese 11,12 von eben. 16 Milliarden werden hier bis zum Ende des Jahrhunderts erreicht. Übrigens hier hinten, die Zukunft geht weiter, das hört nicht hier bei 2100 auf. Da kommt noch was. Und hier oben steht Constant Variante, Konstante. Das heißt, wenn es einfach so weitergeht wie bisher, sind wir Ende des Jahrhunderts bei 26 Milliarden. Hm. Das wird spannend. Das heißt, es muss sich einfach, wenn man diese Zahlen sieht, kann es einfach so nicht weitergehen. Es muss sich auf jeden Fall was ändern. Und zwar drastischst. Was? Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich sage einfach nur. Einfach nur, wenn man diese Zahlen sieht. Denn sonst geht es so. Hoch bis vielleicht 20 Milliarden, weiß man es. Und dann geht es rapide abwärts. Und vielleicht stabilisiert sich dann wieder so, wie vorher in der Steinzeit, so bei etwa einer Million. Ja, könnte sein. Weil wir Durchschnitt sind, was alle Lebewesen auf diesem Planeten anbelangt. Auch das. Die Behauptung, dass unsere Intelligenz irgendwie was Besonderes sei, ist ja noch eine gewagte Behauptung. Alle anderen Tiere sind ja genauso an ihren Lebensraum angepasst, sind aber auch einfach ausgestorben. Insofern die Behauptung, dass unsere Intelligenz da irgendetwas reißen würde, warten wir es mal ab. Eher ist es so, dass wir Durchschnitt sind und uns diese Intelligenz gar nichts bringt und wir uns so verhalten, wie alle anderen biologischen Systeme in begrenzten Ressourcen, hoch und dann runter. Wie sieht das aus? Das heißt, das Modell, was am besten zusammenpasst von den Daten, ist, die längste Zeit gibt es eine Steinzeitpopulation für Homo sapiens und nur für eine ganz kurze Zeit gibt es eine technische Zivilisation. Und dann wundert es einen auch nicht, dass Sie, hier die blaue Person, in diesem Zeitraum leben. Ihre heutige Existenz ist nicht verwunderlich, weil hier vorne kommt nicht viel, da hinten ist nicht viel. Alle Menschen, die je geboren werden, werden in diesem Zeitraum geboren. Okay, das heißt, dieses Modell passt am besten zu dieser Dauerüberlegung, dass es sowieso höchstens acht Millionen Jahre ist und zu der chronologischen Liste, dass höchstwahrscheinlich in diesen acht Millionen Jahren noch höchstens 4.200 Milliarden geboren werden. Das klappt aber nur, wenn so eine Verteilung ist und dann kommt wieder lange Zeit nichts mehr. Also nur noch wenig. Dann passt es am besten. Das heißt einfach, wir verhalten uns trotz unserer Intelligenz genauso wie unsere Vorgänger. Die haben es auch nur höchstens zwei Millionen Jahre gemacht. Das heißt, Homo sapiens wird vielleicht zwei Millionen Jahre existieren. Möglich. Die meiste Zeit ist es eine niedrige Population, so vielleicht von einer Million. und in diesen zwei Millionen, drei Millionen, wie auch immer, vielleicht auch acht Millionen, gibt es irgendwo zufällig verteilt wiederum einen Peak. Das nennen wir technische Zivilisation. Mit hoher Bevölkerungszahl, in der die allermeisten Individuen, die je geboren werden, geboren werden. Ich merke, wie Ihre Laune langsam runtergeht. Schön. Raumkolonisation durch Homo sapiens. Also, wie war das nochmal von dem Herrn Griffith? Es werden viel mehr Menschen mal je außerhalb leben als auf der Erde. Wenn wir Raumkolonisation machen, hieße das ja, wir müssten unsere Population extrem erhöhen. Nicht nur so zehn, zwanzig Raumfahrer da rausschicken, sondern echt Bevölkerung rausschicken und uns dann da vermehren. Das heißt, es gäbe dann zum Schluss mehr Menschen außerhalb als auf der Erde. Das hieße aber, fürs Gesamte gesehen, wenn man sozusagen die Gesamtgeschichte der Menschheit anguckt, hieße das ja, dass es viel wahrscheinlicher wäre, auf einer Raumstation zu leben. Für uns. Wir sind sozusagen im Nachhinein geguckt, Homo sapiens vor sich, wenn fast alle Homo sapiens mal künftig in Raumstationen leben, sind wir die absoluten Trottel, die noch auf ihrem Planeten hocken. Mit einer höchst unwahrscheinlichen Anfangssituation, weil ja die allermeisten Homo sapiens dann den Raum kolonisiert haben. Das hat er behauptet. Eines Tages werden mehr Menschen außerhalb der Erde leben als auf der Erde. Das hieße aber, die chronologische Liste heißt, wir sind total an diesem Anfangsmoment und dann kommt eine Wahnsinnsliste von Trillionen von Menschen dann noch. Möglich, höchst unwahrscheinlich. Es wäre was ganz anderes, wenn wir jetzt wirklich schon tausend oder mehrere tausend Jahre auf eine Raumfahrtgeschichte zurückblickten. Wir haben gerade mal geschafft, wie viele waren es 20 Leute auf den Mond zu schaffen oder was und seitdem war nichts mehr. Also unsere Raumfahrtgeschichte ist überschaubar. Es wird ja wieder besser, aber wenn wir auf tausend Jahre Raumfahrt schon Geschichte zurückblickten, dann könnte man viel sonorer davon sprechen, was für eine tolle Raumfahrtzukunft wir haben. Aber die Tatsache einfach, dass wir erst 50, 60, 70 Jahre so auf dem Boden immer noch so rumkrauchen und gerade mal ein bisschen bis zum Mond gekommen sind, was Menschen anbelangt, spricht jetzt nicht für dieses Szenario, dass quasi irgendwann mal Menschen hier nennenswert den ganzen Raum besiedeln. Also das Planetensystem oder sogar ferne Planetensysteme. Also warum gibt es nicht Raumfahrt schon seit tausend von Jahren, sondern erst seit 70, 50, 50 Jahren das erste Raumfahrer oben gewesen. Hier ist jetzt nämlich chronologische Kiste, äh, Kiste, Liste. Wir selbst wären am Anfang von dieser Wahnsinnsliste, ja, das addiert sich ja zu Trillionen von Menschen auf. Das heißt, warum leben wir nicht auf einer Raumkolonie? Wenn das mal so sein würde. Kopenhagenus-Prinzip ist da radikal und sagt einfach, möglich, aber höchst unwahrscheinlich, dass es eine Raumkolonisation durch Homo sapiens geben wird. Jo, wir sind Durchschnitt, auch was die vermuteten anderen Intelligenzen angeht. Das heißt, denen geht's ähnlich. Wie Harald Lesch sagt, die Außerirdischen sind ja nur Menschen. Und dann passt das nämlich wieder. Falls Raumkolonisation wirklich die Regel wäre im Universum, alle Intelligenzen machen Raumkolonisation, dann ist wirklich die Frage, ja, wo sind sie denn? Wir beobachten sie ja nicht. Und hinzu kommt noch, also, ups, geht's nicht, doch jetzt. Das gilt übrigens auch nicht nur für die biologischen extraterrestrieren Intelligenzen, sondern vielleicht, falls sie irgendwelche Superintelligenzen losschicken, könnte es sein, dass die alle Quantencomputer entwickelt haben und dann sausen nur noch irgendwelche Quantencomputer da durch die Gegend. Wo sind die? Die gibt's auch nicht. Und wir wären jetzt also in diesem ganzen Szenario total die Ausnahme. Widerspricht einfach dem kopernikanischen Prinzip, dass wir die Ausnahme sind und alle anderen Planeten haben sie schon wahnsinns weiterentwickelt. Passt mit der Beobachtung bestens überein, dass wir sie nirgends sehen, dass es einfach keine Hinweise gibt auf irgendwelche Sonden von außerextraterrestrieren Intelligenzen. Heißt, angewandelt, wenn man das kopernikanische Prinzip also jetzt durchdekliniert, Raumkolonisation war, ist und bleibt für alle Intelligenzen Spezies unbedeutend. Weil wir genauso sind wie die und die wie wir für uns bleibt es unbedeutend und für die auch. Und auf die Frage, wo sind sie, die extraterrestrieren Intelligenzen, entweder also per Raumkolonisation, per Raumschiffe oder sowas oder halt eben als per Funkspruch zwischen diesen, die es ja dann auch nicht gibt, kann man einfach nur sagen, die hocken daheim auf ihrem Heimatplaneten, so wie wir. Das heißt, wenn es die gibt, dann sitzen die genauso einfach nur da, haben ein Energieproblem und funken nicht einfach nur wild in den Weltraum raus, warum sollten sie das tun, wir tun es nämlich auch nicht, außer so ein bisschen Abfallstrahlung. Und da bleiben sie auch, so wie wir. Das heißt, alle sind nach diesem Prinzip, wenn man das annimmt, Systeme, biologische Systeme mit begrenzten Ressourcen, und die höchstwahrscheinlich alle diesem Verlauf folgen. Irgendwann mal im Laufe ihrer Existenz eine technische Zivilisation, insofern sind wir dann auch gerade Durchschnitt, aber dann ist auch wieder gut. Das klingt jetzt alles nicht sehr verlockend für heute Abend. Gibt es denn irgendwie eine Überwindung des Delta-T-Arguments? Ich habe ein paar Trostpflaster für Sie parat. Das erste ist, es gibt ja so einen Spruch, Gott schuf den Professor und der Teufel seinen Kollegen. Heißt, das ist einfach falsch. Da gibt es welche, die sagen einfach, vergiss es, das ist falsch, kann man nicht an, das darf man gar nicht anwenden auf Homo sapiens. Aber da muss ich Ihnen leider, muss ich Sie enttäuschen, die Paper gibt es, es gibt halt eben andere, die sagen, nee, was ihr da behauptet, ist schon wieder falsch. Also es geht nämlich doch irgendwie, vielleicht ist die Interpretation von Richard Gott dem Dritten, vielleicht muss man ein bisschen umdefinieren, aber im Wesentlichen stimmt die Aussage doch. Das Ganze können Sie nachlesen unter dem Doomsday-Argument. Wenn Sie das einfach mal googeln, kriegen Sie Zeitschriften, Artikel und alles Mögliche. Also es ist interessant, mal sich da reinzufuchsen. Wer wissen, mit Statistik handhaben will, es geht um bedingte Wahrscheinlichkeiten. Darf man denn eigentlich sich selbst als zufällig aus einem Ensemble herausgegriffen denken? Ist das überhaupt statistisch zulässig? Und diese Fragen werden da diskutiert. Insofern gibt es Argumente für und wider dieses. Also wenn Sie jetzt einfach rausgehen wollen und sagen, es besteht die Möglichkeit, dass es einfach nur falsch ist und ich lebe glücklich bis zu meinem Ende. Schön für Sie. Aber das andere wäre halt eben auch möglich. Das heißt, dass die Aussagen, die ich jetzt hier getroffen habe, haben die Chance, richtig zu sein. Nur, was ist eigentlich das schärfste Schwert bei einer Hypothese? Nicht eine andere Theorie oder eine andere Rechnung, sondern das Experiment. Wir müssen einfach nicht aussterben in acht Millionen Jahren. Dann haben wir es gelöst. Dann stimmt es einfach nicht. Wir haben quasi nachträglich dann bewiesen, dass das Argument falsch ist, dass man die Theorie nicht anwenden darf, die Hypothese. Also insofern, das Experiment ist offen. Warten wir es mal ab. Aber es gibt noch was anderes. Nehmen wir doch mal an, mag ja sein, der gute Richard Gott, der Dritte, hat recht, denn wir können das anwenden, oder könnten das anwenden. Dann schauen wir doch mal auf die Voraussetzungen, dass wir es anwenden könnten. Gucken wir doch mal auf diese Tasse. Unser Zusammentreffen mit dieser Tasse ist rein zufällig. Die Tasse ist die Menschheit. Dass wir jetzt geboren wurden, da können wir nichts dran ändern, das ist jetzt nur mal Faktum. Das heißt, unser Zusammentreffen, unsere heutige Lebenszeit, steht nur mal fest, die ist zufällig, da können wir nichts mehr ändern dran. Wir treten nicht in Korrelation zur Tasse. Das stimmt ja gar nicht für die Homo Sapiens. Sie selbst und ich bin ja auch ein Mensch und unser ganzes Verhalten, insbesondere unser Konsumverhalten, ändert die Menschheit. Durch unseren Konsum und sonstige, einfach durch unsere Tatsache, dass wir leben, ändern wir, vielleicht nur marginal, vielleicht nur ganz winzig, ändern wir den Fortschritt der Menschheit. Und darum geht es jetzt. Das heißt, wir treten halt gerade in Korrelation zur Menschheit. Und wir könnten das sehr proaktiv machen oder einfach halt eben nicht. So, die Take-Home-Message oder die Handlungsaufforderung ist sie, machen wir unser Zusammentreffen mit Homo Sapiens nicht zur zufälligen Art, sondern zur besonderen Art. Treten wir in positive Korrelation mit Homo Sapiens. Was das ist, können Sie jetzt anschließend in Kleintruppen diskutieren. Ansonsten danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.